ich bin jetzt abraham race und ich gehe spazieren in mexico obwohl es nur teneriffe es ist einfach unglaublich das ist viel bei red dead redemption das ist genial ich kann es nicht beschreiben es ist es ist einfach brutal wie hoch ich bin gleich in 3.000 mit der höhe eine eidechse was mein double action gewerle pump kann man kann sechs schuss automatische zwei schuss ist das ding weg das ist aber wirklich genial hier also da ist irgendwas so schnell gewesen kann es nicht sagen ich bin schon so hoch wie die die vögel hier also man ganz so jetzt bin ich oben wo dieser weg hinführt keine ahnung ich kann ich bin so viel gelaufen jetzt man gerade mal 30 meter wege das er kommt auf die idee ich hier ein nagel rein zu haben jetzt gehe ich noch da hin dann ist die tür auch schon beendet wir gehen weiter ich weiß nicht ob man es erkennt aber das ist der höchste turm höchste berg auf dieser insel der ist 3000 meter hoch sind das für biene das ist fette das sind fette grasse für die fliegen können krass also ich darunter fallen wird wird da stehen tot oder der ho1200 stummte polska äh x polska 2x von der klippe jetzt fehlt nur noch hier so kutsche ne und dann geht es darunter wie bei red dead das ist echt ich habe Angst dass hier irgendwelche fetten viecher sind die einen beißen aber es ist genauso wie bei red dead bloß dass es in echt ist ey diese aussicht ich kann auch genau 48 minuten und 15 sekunden aufnehmen ich kann auch genau 48 minuten und 15 sekunden aufnehmen hochheifen reifen da kommt ludwig mit kutsche amann servus adrian können sie mich verstehen ja kann ich gucken wir noch was da unten ist wow ich wollte da jetzt eine leiche finden ich gehe jetzt ich hab du es sich kann nicht mehr ich muss was trinken so heiß guckst du spanische fliege wieder zurück würde ich sagen adios freunde ich werde wahrscheinlich noch weiter videos machen wir sehen uns und tschüss